Na, aber ich will jetzt nicht in dem doofen Scale rumfahren. Raus steigen und kämpfen. Raus! Kann ich raus? Wieso kann ich nicht raus? Ich bin raus. Nicht jetzt aber. Ah, Scale verlassen Y. Ah, jetzt hab ich die Fernkampf ein. Ah, und wenn ich dann Bock habe, kann ich auch wieder in den Scale gehen. Ich muss also nur in Scale rufen über das Menü, sonst kann ich da einfach immer so reinsteigen, wenn er neben ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Boah, aber die hellen aus. Raus geht viel zu viel aus. Am Rückseiten-Attacke. Hat auch so eine Markierung wie bei einem Tyrant-Gegner. Und ich dachte schon wieder, ich hätte zu viel gelevelt vorher. Kacke ist auch, dass er die wieder laut gefokust hat, dass er direkt down ist. Da kann er mir während des ganzen Fights wieder nicht helfen, um ein bisschen Schaden zu drücken. Gut, aber ist gleich schon mal Half-Life. Und irgendwer heilt ja von unseren Verbündeten nicht bestimmt. Oh fuck, Lynn ist tot. Das ist jetzt ungünstig. Ungünstig. Oh. Nur 500. Okay, ich glaube der erste Versuch wird auch nicht von mir. Ja, wir leben doch. Zwei, drei Leben. Ich weiß gerade gar nicht, ob er die Talente wieder zur Eifelklasse gewechselt hat. Ah, gut. Fuck. Weil ich habe mich gerade nicht automatisch gehypt durch Autotext. Das habe ich eigentlich geskillt. Mal kurz reinschauen. Talente. Ah, Bluetooth ist aber an. Verbesserung würde 18 kosten. Ja, ist schon eine coole Attacke. Ja, nehm ich. Welche Treffer hat mir in einen Nahkopf? Ja, komm. Wollt auch nochmal drauf. Dann erhöhe ich auch direkt mal die Lao-Talente. 241. Boah, die sollte ich echt mal verteilen. Mich ein bisschen mit den Techniken vertraut machen von Lynn, Elmer und Lao. So, ich ballere einfach mal alles hoch. Aber ich habe hier wahrscheinlich die ganzen Anfangskills hier ausgewählt. Am Ende haben die bestimmt auch viel stärkere. Achso, am Anfang sind die stärksten. Hm, darum haben die die auch nicht. Dann wechseln wir die einfach mal komplett aus. So, Härte-Test. Ja, Niederschlag brauchen die nicht. Die Trommelwirbel. Thermoschaden. 30 Sekunden Aufladung. Schadensfaktor 175. Brauchen die nicht. Hier, Höllenfeuer. Wird Spannungspunkte. Bei höherer Moralstufe. Ja, kann bleiben. Was bringt das? Stärkung. Was bringt Schildwahl? Schildwahl bewirkt Barriere. Ich brauche keine Barriere. Die hören sich alle nicht so geil an. Schildwahl bewirkt bei Humanoiden Starre. Auch kacke. Härte-Tests habe ich ja schon drin. Habe ich auch drin. Ah. Auch schon drin. Stimmt. Funkenfest. Hermoschaden. Muss ich noch Funkenfest rein? Genau. Die level ich jetzt noch. Trommelwirbel hoch. Schauen wir mal alle auf hier. Oh, wird doch teuer. Erstmal Höllenfeuer. und abkühlen. Wir hatten ja schon mal Lin überarbeitet. Ah, und hier kenne ich die ja die Fähigkeiten. Warum habe ich Schattenstreich nicht? Auch Titaniago, oder? Dafür tue ich mich da. Gut. Hm, Schattenstreich hört sich schon cool an. Die kann ich nicht der lassen. Dies haben wir die Attacke. Die kann raus. Kriegt die erstmal hier Äther-Sug, weil Äther-Sug ist geil. Kann auch raus. Dafür bekommt die, hm, hier 100 Scherben. 100 Scherben ist auch wichtig. Wird auch hier Nahkampf-Specialist. Schattenstreich ist das auch, ja auch Kurzschwerte. Das sind noch Zwillings-Pistolen. Oder auch Aus-Kurzschwerte. Und... Da gibt es bestimmt auch noch durstige Klinge hier. Ja, super. Alle super Attacken, die die hier haben. Vor allem 100 Scherben. 100 Scherben droht Damage. Kann der Gegner aber erstmal schauen, wo er landet. Okay, das ist doch schon mal gut. Ah, Lenk-Rakete. Ah, seitdem habe ich so viel Punkte, da kann ich sogar alles auf 4 haben. Gut, damit sind die ja alle schon mal besser. Klassen. Ist ja auch, ne? Ist keine Scale-Klasse. Aber so bin ich eigentlich jetzt gerade glücklich. Oh. Ich dachte, das wäre ein Gegner, aber das ist mein Scale. Hm, ich habe mich gerade schon gefragt, wo ist mein Scale hin? Hm, ich stand drin. Wurde der einfach weg gemacht. Ah, wir haben erst 9 Eier-Kibis. Ich glaube nicht, dass wir uns wegfallen lassen. Ne, wir brauchen nicht falten. Ich will immer noch nicht falten. Ich will immer noch nicht falten. Sandbank, hier waren wir noch nie. Uh, dann kann ich da hinten den. Dann brauchen wir nächstes Mal nicht so weit zurückfahren. Oh, 311. Coole Sache. Und erhalten Flosack-Kirbis. Ja. Da sieht man, hier kriegt man auch noch ein paar davon. Jetzt, wo man sie nicht mehr braucht. Dann erstmal zu unserer guten Poetia, die hier Almanda heißt, weil die in einem Scale sitzt vielleicht. Man weiß es nicht. Aber ich will wieder aus dem Scale raus. Und zwar Y. Genau. Jetzt besiegen wir die. Und die 10 Eier-Kibis. Ich frage mich nur, warum wir jetzt schon alle so close sind. Ich frage mich nur, warum wir jetzt schon alle so close sind. Ich frage mich nur, ob ich wirklich mehr Schaden mache. Aber ich glaube schon. Boah. Boah. Boah, das sieht gar nicht gut aus. Boah. Boah, der heilt sich auch wirklich gar nicht durch die Schläge. Die Chance ist doch gar nicht so niedrig. Rückseite wieder. Das kostet mich mal hier hinten drauf. Ich kann die Schwanzattacken mehr machen. Die alte. Jawohl! Klar! Einfach niedergestreckt. Wow. Wie soll das was werden? Wie soll das was werden? Kann nicht normal sein, dass sie so stark ist. Ist doch abnormal. Wenigstens starte ich jetzt mal for live. Gerade war ja auch ein schlechter Scherz. Obwohl, jetzt habe ich auch schon fast wieder zu viel Leben wie vorhin bei dem anderen Durchgang. Ach, das ist die Front. Aber den ganzen schnellen Dreh von dem hat der gar nicht dahinter, in welcher Richtung ich von der gerade stehe. Das ist nämlich die Rückseite. Ah, fast 1000 Schaden pro Schlag. Habe mich mich nicht beklagen. Oh, meine Attacke wurde abgeworfen. Ah, falsche Seite. Aber der Fight sieht schon mal deutlich besser aus, weil es möchte ja auch noch alle leben. Schreibt mich vielleicht noch was anderes an. Eigentlich dürfte es ja nicht. Dann abgetrennter Boss halt. Oh, ich sehe auch sonst nichts auf der Karte. Also, scheint in Ordnung zu sein. Vor allem, ich bin full life. Das freut mich. Komm, 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 komm. Wieder dahinter für 100 Scherben wieder. Jetzt. Wer ist der abgesessen? Aber warum du es mal nur? Achtung nicht. Wie sieht es denn mit dem Körperteilschaden aus? Hat er sich vorhin D-Lockt? Nein, Lynn ist tot. Ich habe dir den meisten Schaden genommen. Müssen wir uns beeilen, bevor schon die nächsten Exemplare dann wird kritisch für uns. Nee, ich bin lau, als er jetzt gestorben wäre, aber irgendwie wird er kaum angegriffen. Nein. Oh, jetzt habe ich die Attacke versaut. Die wurde nicht ausgeführt. War gerade gar nicht gut jetzt am Ende, obwohl es... Ja, von den Legen her sieht es aus, als ob ich diesmal gewinnen würde. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich habe nicht genügend SP für den Spin. Oh, jetzt gleich ist lau tot. Das war schon wieder auf der falschen Seite. Und du noch 900 leben. Und lau ist weg, wie gesagt. Ja, ihr habt gesessen. Aber nur 300. Jawohl, ein Crit. Nein, daneben. Nein, ich bin wieder daneben. Komm, komm, komm. Er sitzt. Der Seidhub auch. Komm, jetzt habe ich wieder genug. Der Spin und ich habe noch 1000 Leben. 700. Okay, ich wurde wieder hochgeheilt. Komm, Rückseite. Oh. Hätte ich mich wieder wegge... Fuck. Habe ich für mich zu früh... ...wird die Attacke entschieden. Nein, ich wurde besiegt. Jetzt muss sie in 30 Sekunden gewinnen, oder ist es nutzlos gewesen? Komm, oder wiederbelebt mich. Kannst du das? Oh, bitte, komm. Es ist so knapp. Komm, Elmar, das kannst du mir nicht antun. Ne, da ist kein... Oh, scheiße. Ist das bitter. Ja. Ja. Schwierigkeit verringern. Ne. Ne. Haben wir ja gerade gesehen, es ist möglich. Und wenn es möglich ist, dann mache ich es auch auf der Schwierigkeit, weil... Da fehlt hier echt nicht viel. Wo laufe ich hier hin? Ah, ich muss hier in die Richtung. Da fehlt echt nicht viel und darum... Dauert das zwar jetzt ein bisschen länger, aber ich ziehe das jetzt durch auf der Schwierigkeit. So, und los. Guck mal, eine Attacke von mir. Ich ziehe direkt so viel wie gerade Gefehlte. Ich muss mich nur wieder hoffen, dass Lin gefokust wird. Und nicht lau. Ich mache hier einfach mal einen Kampf mit hier. Ne, na, Kampf. 100 Shelds hat wieder zugeschlagen. Komm. Ach ja. Ich bin... nicht genügend aufgeladen. Den Moral, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, dann gehen die Spannungspunkte schneller hoch. Ach so, jetzt schon wieder... jetzt schon Half-Life. Setzt hier irgendwie jetzt stärkere Attacken ein? Vielleicht muss ich... Ja, vielleicht war das wirklich sinnvoll mit dem Körper da vorhin. Ah, ich bin Full-Life. Und jetzt kommt nämlich die Attacke. War ziemlich... ziemlich in Ordnung. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade nämlich ein Körperteil abgeschlagen, oder auch nicht? Und das hängt noch da. Die Rückseiten-Attacke. Oh, Lin ist... Ah, Lin ist weg. Ah, Lin ist weg. Ah, Lin ist weg. Jetzt, close in und freie mich. Hm. Es gibt zwei Leute am Leben. Die hat noch knapp weniger als Hälfte. Und direkt die Attacke geht wieder daneben. Okay, dafür muss die jetzt sitzen. Das tut sie. Gerade wird Elma gefokust. Ja, entweder Elma oder ich. Aber Elma kann mich, glaube ich, heilen. Genau. Hört mich gerade wieder was geheilt. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel, was fehlt. Das war es gerade auch nicht, aber ich bin guter Dinger. Komm. Geh nach hinten. Rückseite. Und er saß. Und jetzt kommt hier... Pausel Shells. Nein. Ey, die... Mit irgendwas hat mich das Vieh jetzt einfach weggekrettet. Gut. Dann mache ich es jetzt so. Letzter Versuch nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt... Ähm... Mache ich das mit der Schwierigkeit runterstellen. Weil das dauert jetzt echt gerade ein bisschen sehr lange. Eine Attacke. Eine einzige Attacke. Kann doch nicht normal sein. Ah ja, stimmt. Anvisieren. Anvisieren. Jetzt mal beobachten. Okay, das ist schon... Das ist schon auf die Hälfte runter. Vielleicht kann ich ja dadurch jetzt wirklich die Schwächung bewirken. Wie weit ist das? Ah, ist weg. Dann wird das nächste. Und ich werde... Oh, Lau ist tot. One more shot, hat er gesagt. Da war aber nicht mehr viel mit schließen. Aber... Ah. Das ist auch kaputt. Sehr gut. Okay, was greife ich jetzt an? Das ist da oben. Nö, nö. Nö. Ah, das fiel mich einfach wieder hingelegt. Okay, wie kann ich das runterstellen, die Schwierigkeit? Das ist gerade echt... Ich verzweifle, er hat echt dran. Ne, das scheint schon mal nicht das Richtige zu sein. Mission. Kapitel 7. Abbrechen will ich die nicht. War ein Navigationstil, wäre schon gut. Aber das ist die, glaube ich, schon gewesen. Okay, habe ich da... Durch die eine Ablehnung da... Die, äh... Möglichkeit, das auszustellen, für immer weggemacht. Wäre jetzt schon so... So ein bisschen komisch. Okay, ich versuche jetzt einfach mal mit Scal. Bin zwar irgendwie... Macht ja keinen Schaden, aber... Vielleicht ist ja das... Von der Rüstung her das, was ihm gerade ein bisschen fehlt. Und jetzt habe ich ihn gefesselt. Da kriegen schon mal meine Leute keinen Schaden. Wir machen... Ja, okay, jetzt ist er nicht mehr gefesselt, weil ich gefesselt habe. Die Attacken laden auch nicht auf. Bleiben in dem grünen Bereich. Ähm, nicht grünen Bereich. Neue Grünebärken fehlt eben. Aber wenigstens haben alle Leute 20% mehr Abwehr. Aber irgendwie bringt denen das auch nicht viel. Die kriegen trotzdem so viel Schaden. Okay. Jetzt bin ich erfolgreicher. Ja. Bleibt... Ich kriege am Ende einen fetten Bonus, wenn alles auch perfekt ist. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das der Bonus war, aber... Oh. Was ist das denn für eine Attacke? Die war ja mega gut. Wie viel Schaden macht ja keine Attacke von mir. Ja, wo nochmal fest sind. Mal einmal perfekt, zweimal perfekt. Dreimal perfekt. Und viermal perfekt. Oder? Ist jetzt abgebrochen. Da läuft gut. Alle leben noch. Ich hätte das einfach direkt im Scale machen sollen. Okay, jetzt nicht zu hochmütig werden. Sind jetzt gerade alle ziemlich getroffen worden. Aber hier. Können die sich wieder heilen. Wieder perfekt. Wieder perfekt. Und das letzte Mal auch. Und ich kann hier... ...übertakten. Genau. Zwei Sekunden, da kann ich noch einmal vier Attacke rausnehmen. Oh, und der ist umgekippt. Er ist umgekippt. Das Übertakten wurde auch verlängert. Oh, so ein gutes Übertakten hatte ich noch nie. Wir haben gewonnen. Nice. Cheers. Untertitelung des ZDF, 2020